Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren erneuten Aufnahme zu The Last of Us Part 2, das am 27.06.2020. Ich habe mir gedacht, wir spielen nochmal so eine Stunde 20 und dann ist aber auch endgültig Schluss für heute. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt zu jeder Folge, lasst ein Like da, ein Kommentar wäre schön und ein Abo. Los geht's! Also erstmal eh überlegen, was ist hier noch zu machen? So, durchwimmen wir mal hier die Schränke. So, mit. Alter, was ist du denn von mir? Und tschüss! Blöder Stalker. Nur ein Scheiß. Hier ist noch was drin, wo ich halt was herstellen könnte. Das wäre ganz nice, ja. Wäre super. Gerade merke ich, wie warm das wirklich ist. Bestimmt treibt sich hier auch noch ein Chambler rum, oder sonst irgendwas. Ja. So. So. Wie viele sind das? Also ich kann mir kein Messer mehr herstellen, das ist so doof. Scheiße. Ich werde ein Problem haben. Fuck. Das ist doch richtig kacke. Was mache ich denn da jetzt? Das war so klar. Leck mich. Läuft. Warum ist der da? Der lebt doch garantiert. Na komm. Wusste ich doch. Wusste ich doch irgendwo, dass der lebt. Das sieht so komisch aus. Obwohl hier die ganzen Gehörungen sind. Das war ein Witz. Einfach hier rüber. Das ist ein Flammenwerfer. Ey komm, sag mir, dass das einer ist. Ja, Flammenwerfer. Geil. Ich liebe dich. Ja, weg einfach. Genau. Nehmen wir mit. Feuer lässt mal heilen. voir. Ja. Einen. Ja. Ja. Ja, das ist mein Ausgangsser. Oh, du Scheiße. Oh, mehr Klicker. Oh, du Scheiße. Verweck einfach. Diese Drachenwaffe ist beeindruckend. Ja, ist sie. Was finden wir hier? Das. 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 Ich wusste, dass so'n Dreckschambler hier rumhängt. Tja. Na, wir werden mal noch ein bisschen hier rumschnüffeln. Dann können wir hier noch mal ein bisschen mehr rauskriegen und meine Reichweite mal erweitern. Wie sieht's hier aus? Ein bisschen Heilung, ja. Schade. Gerne Munition für meinen Flammenwerfer. Der ist so gut. Damit kann ich sozusagen die Schambler schön in Schach halten. Das ist gut. So, jetzt wischt ich hier noch rüber. Ich hasse das. Hier ist nix. So, ab innen. Stopp. Ich hab's gewusst. Das dachte ich mir schon. Der war genau hier drinnen. Geh weiter runter. Wir sind fast draußen. Na, wie weit geht das hier noch runter? Nimm mal so. Ich hab ein merkwürdiges Gefühl hinter der Sache. Weiß ich nicht warum. Hier. Ist wirklich hier runter? Ich glaub, naja. Da geht's ja wieder schon direkt raus. Und von da ja. Ja. Ein Fortschritt. Lef, bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein Wettbewerb. Ja. Und du? Ich bin dein Wettbewerb. Ja. Ich muss mich über das rein. Und du? Hier. Ja. Ich muss mich über das reinstecken. Und du? Oh, das war's! in irgendeiner Wand drin, 100 pro. Ey, dann ja, dann... Nee, dann kriegst du ein Horrorschrecken des 100s. Alter! Was soll? Nee, 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 ich will raus hier.